Hallo Freunde, willkommen in meinem Spielzeugkindergarten. Ich sehe, die Spielzeuge sind schon da. Lasst uns mal zählen, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir sind vollzählig. Es ist Zeit, was Neues zu lernen. Nicole, was machen wir denn heute? Ich habe ein tolles, ein spaßiges Spiel vorbereitet. Hier habe ich kleine Schachteln mit verschiedenen Bildern drauf. Und da sind Gegenstände drin. Jetzt muss jeder von euch aus dieser Schachtel einen Gegenstand rausholen. Ich zuerst. Mal sehen, mal sehen. Eine Erdbeere. Oh, schaut mal. Das ist ein Rechteck. Oh, ich habe aber Glück. Ein Buchstabe. Ein N. Mein Name fängt mit N an. Niloja. Oh, eine Zahl. Das ist die Eins. Schaut mal, Freunde. Das ist ein Affe. Und was sollen wir jetzt machen? Also, auf diesen Schachteln sind Bilder drauf. Von Zahlen, Buchstaben, Tieren, Ups und geometrischen Formen. Ihr müsst jetzt ein Bild von dem Gegenstand, den ihr gefunden habt, auf den Schachteln suchen. Und dann den Gegenstand unter die Schachtel legen. Äh, ich habe den Affen schon irgendwo gesehen. Moment, Moment. Wo war er denn? Ah, hier. Jetzt bin ich dran. Mal sehen, auf welcher Schachtel der Buchstabe N ist. Nein. Das auch nicht. Das ist ein Tier. Ah, da sind Buchstaben. Äh, T, U, V. Äh, das N ist nicht dabei. Hm, jetzt ist die rosa Schachtel an der Reihe. E Quadrat, Orange, ein Panda. Ah, Buchstaben. M, O, A, N. N, Winiloya. Hehe. Schaut mal, ich habe das Rechteck gefunden. Hehe. Die 1, ha, muss unter diese Schachtel. Und da ist die Erdbeere. Drunter damit. Bravo, das habt ihr gut gemacht. Ihr könnt jetzt ein bisschen mit diesen Schachteln spielen. Und ich bereite solange für euch das Mittagessen zu. Freunde, lasst uns einen Turm bauen. Hm, die größte Schachtel kommt nach unten. Äh, ich bin dran. Äh, da kommt jetzt diese Schachtel drauf. Ich mache heute Spinat-Teigtaschen. Gefüllt mit Huhn. Das muss jetzt gekocht werden. Ich muss den Teig ausrollen. Und jetzt ausstechen. Hm, das Huhn ist fertig. Das brauche ich jetzt für das Fleisch. Jetzt kommt das Hähnchenfleisch auf den ausgerollten Teig. Jetzt muss ich die Teigtaschen zusammenfalten. Wie einen Halbkreis. In die Pfanne damit und dann frittieren. Ich decke gleich mal den Tisch. Die Teigtaschen sind fertig. Kommt bitte zu Tisch. Sollen wir den Turm einstürzen lassen? Oh ja. Ups. Ich habe die Bettchen vorbereitet. Nach dem Essen machen die Spielzeuge ihren Mittagsschlaf. Ich bin müde. Bruderisch, darf ich mich zu dir legen? Na klar. Schlaf gut. Du auch. Sie sind auch schon eingeschlafen. Freunde, ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge von meinem Spielzeugkindergarten wieder. Tschüss. 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 Tschüss.